Microservices sind verteilte Systeme. Häufig höre ich, dass Transaktionen oder Konsistenz in solchen Systemen eine große Herausforderung sind. Am Freitag möchte ich einige Lösungsmöglichkeiten dafür skizzieren. Stichworte sind dabei Themen wie verteilte Transaktionen, To-Face-Commit, das Saga-Pattern, das CUP-Theorem oder auch BASE. Ich freue mich auf eure Teilnahme, eure Fragen und eure Diskussionsbeiträge. Bis Freitag.